Ja, servus. Heute wieder unterwegs zum Thema, wussten Sie schon, bei den Küchenhelden. Wir haben uns gerade einen netten Kaffee reinlaufen lassen und jetzt hier die Frage, Kaffee kochen den ganzen Tag und wer reinigt das Gerät dann zum Schluss? Wie geht es? Ganz einfach, absolut easy. Kaffee reinigen ist nicht das Problem bei den Geräten, sondern nachher, wenn irgendwas mit Milch gemacht ist, aufschäumen. Dazu ziehe ich aber nachher nur den Stöpsel hier ab, an den Milchbehälter, hier unten ins Tropfblech rein und starte dann hier über das Menü die Reinigung. Ganz einfach, es wird einmal Wasser durchlaufen lassen, dann wird Dampf durchgeschossen, bakteriell, einwandfrei, sauber, überhaupt kein Problem. Das ist ja super praktisch, also auch kinderleicht. Absolut. Und was ist das für eine Maschine? Das ist eine Nivona jetzt hier. Haben das auch andere Maschinen? Eine Mielemaschine hat es noch, ja, aber Nivona sind die, die das System rausgebracht haben. Okay, vielen Dank, dann würde ich sagen, Kaffeepause. Kaffeepause.